Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 17. Juli 2024, 23.34 Uhr hier auf Islanuk. Oh, ich habe gerade erfahren, dass Lumeus heute Islanuk besucht. Er möchte wohl einfach etwas entspannen, aber bestimmt kampf euch ja auch gerne einen Fisch ab. So, dann sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und damit hat ihr Lohnrecht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren nachtaktiven Folge hier bei Animal Crossing. Wir wollen weiterhin... Mal schauen, ob es funktioniert, kann ich euch nicht versprechen. Wir wollen weiterhin Käfer fangen. Oder es ist unsere zweite Käferrunde jetzt und ich hoffe, dass wir diesmal das Glück haben, dass wir ein paar Käfer finden. So, dann haben wir schon. Ein paar Badesandalen. Ja, die können wir schon eher gebrauchen. Von meinem Strand. Der Kühlschrank kann weg. Der Shop hat übrigens schon zu. Aber wenn der Shop schon zu hat, dann muss der Kühlschrank vorerst mal hier bleiben. Die Mission ist Käfer jagen. Keine Fische, sondern Käfer. Ach, Animal Crossing Charaktere sind doch cute manchmal. Ne, müssen wir liegen lassen. Ne, müssen wir liegen lassen. Und hoffentlich will der Kühlschrank wieder ausziehen. Der dumme Apollo, der dumme Angeborene, dass er ständig ausziehen will. Bisschen, bisschen nervig. Ne, du darfst nicht gehen, Apollo bist mein Lieblingsbewohner hier. Oh, das ist ein Käfer, aber den haben wir schon. So. Oh, das ist ein Käfer, aber das ist ein Käfer, aber das ist ein Käfer. Ne, machen wir schon alles. Wundervoll. So. 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 Ein paar Käfer kommen auch erst im August, das habe ich auch schon gesehen. So. 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 Oh, cute, der Blick von hier. Oh, okay. Oh, okay. Das kann ja nicht wahr sein. Lass mich in Frieden. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das gibt's ja gar nicht. Kann ja gar nicht wahr sein. Oh, okay. 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 Es ist so schön. Hat man den schon? Ja. Ja. Hmm... haben sie pur perfiziente wir haben sie 2 nice bin sehr glücklich gerade die pur pur höchstwinter wir haben sie nice gibt es nichts besseres wenn man auf käferjagd ist dass uns zufällig noch die wir sind voll macht geil nächste vollständige blume chrysanthemen hyacinthen tulpen aber den haben wir auch schon voll da fehlt uns nur noch die zweite jetzt haben die monen Nein. Jetzt fahren wir mal auf eine Insel Schauen wir mal wo es hingeht Hoffentlich nicht wieder in den Schnee Schauen wir mal hier Was noch nicht rauskriegt bambus bambus damit habe ich jetzt weniger gerechnet ein Oh 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 Mein Hauptproblem ist natürlich gerade Es kann natürlich hier jegliche Jahreszeit sein Wo er uns hinbringt Oh 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 Das war's. Bring mir nach Hause. Ich habe mich, und ich bin da, und ich bin da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Ja, das ist eher ein bisschen belastend, weil die Käfer, die eigentlich hier sitzen sollten, überhaupt nicht da sind Na gut, schauen wir, was Eugen sagen kann Vielleicht kann Eugen uns ja erleuchten mit Fossilien Aber das haben wir glaube ich nicht für ihn So 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Geht es aus? Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR passt perfekt alles mitgenommen was sie mitnehmen sollten glaube ich kühlschrank am stoppen kann man verkaufen hatten wir tatsächlich noch nicht krass cool ja gut dann fünf mal angeln der rest bleibt wie er ist genau die schildkröte setzen morgen wohin wo ich sie hin haben will dann passt das mal danke fürs zuschauen sagt schauen wir sehen uns das nächste mal wieder bis denne tschüssikowski die 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 die